schlechte erfahrungen einfach loslassen die meisten menschen haben in ihrem leben eine oder mehrere sehr schlechte unerwartete erfahrungen gemacht die sie heute noch unbewusst mit sich herum tragen oder sogar immer wieder daran denken was sehr viel zeit und energie kostet und dem privatleben sowie der eigenen karriere extrem schaden kann einfach loslassen funktioniert nur leider oft nicht eine emdr welche oft von der krankenkasse bezahlt wird könnte hier zum beispiel helfen je mehr traumatische erfahrungen aufgelöst werden können desto positiver kann es sich auch auf deine lebensqualität auswirken denn vieles im bewusstsein und unterbewusstsein lenkt ein teil deines denkens und verhaltens und dadurch auch deine stimme